Die Biathletinnen Anna Weidel und Nadine Heutler kompletieren das deutsche Team in der kommenden Woche beim Weltcup-Hauftakt in Pukjuka. Das gab der deutsche Skiverband DSV am Sonntag bekannt. Die Plätze waren unter anderem frei geworden, da sich Doppel-Olympia-Siegerin Laura Dahlmeier noch im Aufbautraining befindet und auf einen Start in den Einzelrennen ab Donnerstag verzichtet. Während die 32-jährige Heuchler bereits einen Weltcup-Erfolg gefeiert hat, wird Weidel ihr Debüt in der ersten Liga der Skijäger feiern. Punkt. Beide waren in den vergangenen Tagen im zweitklassigen IBU Cup gestartet.